Jo, servus, Sebastian hier von DEFMA Models und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo zu meiner Modelleisenbahn. Ja, ihr seht schon, es ist jede Menge passiert, die Gleise liegen, es ist erste Farbe am Berg entstanden, Häuser stehen da und genau das soll es eigentlich in einem Video heute oder darum soll es eigentlich heute gehen. Ich habe nämlich, in meinem Urlaub habe ich nämlich bei Moodi und Fadi, nämlich waren wir zusammen ein paar Häuser kaufen, die möchte ich euch hier kurz zeigen. Ich habe die auch schon teils angefangen zu patinieren, also wie dieses Sägewerk hier zum Beispiel. Dieses Sägewerk ist zusammen mit diesem kleinen Landhaus, dann diesem Holzlager und was war noch dabei? Einen, was war noch dabei? Ah genau, der Gastdorf hier oben. Den hätte ich ja fürs vergessen, weil er hinter mir stand. Also das ist dieses von Falla, dieses Landlebens-Set. Coole Sache, vor allem vier Gebäude, guter Preis, kann man absolut nicht meckern. Und genau, dann haben wir uns noch hier, jetzt weiß ich gerade nicht, aber ich glaube der war von Auhagen, dieses Doppelhaus hier, ne? Fachwerkhaus mit zwei Haushälften. Äh, was haben wir noch gebaut? Genau, dann habt ihr vielleicht, wenn ihr meinen Modellbahnkanal oder Modellbahnkanal abonniert habt, habt ihr bestimmt gesehen, dass ich mit meinen Eltern zusammen diese Bergröcke nicht gebaut habe. Ne? Die ist jetzt noch nicht angefangen zu patinieren, das kommt aber alles noch, ne? Wenn das dann, wenn ich dann irgendwann mal einen Platz da oben auf dem Berg habe, wo sie hin soll. Momentan steht sie nur hier vorne, so provisorisch über dem großen Tunnelportal. Und äh, genau, der Burghof oder die Gaststätte soll ja dann eh irgendwo hier so zentral hin. Äh, dass die Leute, die hier rausgucken, so ein bisschen Blick über die ganze Stadt haben oder über das Dorf. Ähm, genau, da möchte ich euch noch eben zeigen, was ich mir Neues gekauft habe. Beziehungsweise zumindest was schon da ist, ne? Ein bisschen ist noch unterwegs. Und zwar habe ich mir einmal wieder einen weiteren Schrebergarten. Ah, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ne? Den haben wir auch gekauft. Die sind diese kleine Gartenlaube hier. Die ist schon patiniert. Sieht man jetzt vielleicht nicht so ganz doll, aber hier das Dach zum Beispiel, dann äh, die Seitenwände und, äh, die Holzbohlen unten. Hat schon, äh, Farbe bekommen. Dann habe ich natürlich, da mir eine Gartensparte ja eh zu wenig ist und, äh, ja, die sollen dann so ein bisschen da an dem Berghang lang sein, wo dann so ein kleiner, äh, Fußgängerweg dann zum Aufgang des Berges, ähm, passieren soll. Deswegen natürlich habe ich mir noch eine zweite Gartenlaube gekauft. Die ist aber noch nicht fertig gebaut, ne? Hier so ein bisschen mit Blumenbeet und sowas. Ich kann euch mal noch eben den Karton zeigen. Und zwar ist das hier dieser Schrebergarten mit großen Gartenhäuschen. Mit der Nummer 180403 von Faller. und, ähm, am Dienstag oder Mittwoch, also sprich jetzt von heute aus gesehen nächste Woche, ähm, kommt nochmal ein Doppelpack. Der gibt's von Faller nämlich, aber das kann ich euch nochmal separat zeigen. Äh, ein Bauset, wo zwei Gartenhäuschen drin sind. Ne? Das kommt noch. Genau, dann, äh, zeige ich euch noch eben, was ich noch gekauft habe. Und zwar habe ich mir diese, da mir der, äh, dieser, dieser Begrasungsautomat mit 100 Euro ein bisschen zu happig ist für das bisschen grün, was ich hier zu machen habe. Habe ich mir hier für, für nicht mal 5 Euro diese, äh, Streukrasdose zugelegt, die, äh, doch gute Bewertung bekommen hat. Egal wo man guckt. Ne? Ja. Und entsprechend dazu natürlich noch, ähm, im Angebot hier die große Tube Graskleber von der Firma Noch. Dann erstmal ein Päckchen Gleisschatter in der Farbe Dunkelgrau von der Firma Noch. Und zugehörig noch, äh, das Grasfaser Sortiment Kurz von der Firma Noch mit der 07066. Ne? Also da haben wir hier ganz viele verschiedene Sorten Gräser drin. Und hier unten sogar noch zwei Stück Pappe. Mal gucken, ob man die vielleicht für irgendwas verwenden kann. Genau, das war's erstmal zu, äh, den neuen Sachen, die hier mit auf die Eisenbahn kommen. So. Und genau. Machen wir noch eben einen kleinen Flug über das farblich Gestaltete. Dazu gehen wir erstmal ein Stück weiter weg. Ihr seht, ich habe hier vorne angefangen, das alles hier mit, äh, dunkelbrauner Farbe einzumalen. Äh, die Bereiche, wo ich weiß, dass, äh, auf alle Fälle Grasfaser in verschiedenen Farben drauf kommen. Ne? Dass man da quasi einen erdigen, äh, Untergrund hat und nicht das helle Holz. Dann, ihr seht schon, der Berg ist zu. Zumindest bis zum großen Tunnelportal ist es zu. Außer da hinten halt über dem, über dem Tunnelportal da hinten fehlt noch ein bisschen Wasser. Aber das ist ja jetzt nicht die Welt, ne? Genau. Gleichermaßen habe ich schon angefangen, äh, das farblich zu gestalten. Ist jetzt aber nur erstmal nur eine Farbschicht drauf, ne? Also es ist jetzt noch nicht final. Dann müsst man natürlich noch ein bisschen metallerer Farbe und anschließend noch ein bisschen mit den weißen Spitzen arbeiten. Bisschen Lichtbrechung reinbringen. Und, genau, dann seht ihr schon, hier der Aufgang ist ebenfalls angeglichen mit der Farbe, ne? Dass man da auch so ein bisschen felsiger, äh, oder erstmal erdig und dann in felsübergehende Farbe hat. Des Weiteren auch hier hinten die Trasse ist jetzt erstmal zumindest schon mal hochgesetzt, ne? Da wird dann nächster Schritt sein, hier außen die Bergverkleidung anzubringen, äh, und das Ganze dann ebenfalls zu gipsen, ne? Also quasi nach dem selben Prinzip, wie ich es, äh, bei der Bergband gemacht habe, ne? Und, genau, ich hab mal noch, äh, eine Frage an euch und zwar, was mir gerade wieder einfällt, das Sägewerk. Dieses Sägewerk hat hier einen Wasserlauf mit einem Wasserrad. Meine Frage ist jetzt, kann ich dieses, diesen Fluss hier unten in meiner Platte einbringen und quasi diesen Fluss, der dieses Wasserrad antreibt, äh, innerhalb des Stadtbahnkreises in einen See umwandeln lassen? Oder wäre natürlich gesehen, was es wahrscheinlich auch ist, der, äh, Wasserfluss zu kräftig, ne? Und deswegen war meine, über, meine erste Überlegung eigentlich die, das Sägewerk oben auf dem Berg irgendwo zu platzieren und dann quasi einen, diesen Fluss zu nutzen, um ihn dann weiter am Berg herunter zu führen und dann in einen kleinen, kleinen Bach und in einem Badesee münden zu lassen. Allerdings, äh, meinte mein Papa, dass es ja irgendwie keinen Sinn macht, äh, das Sägewerk oben auf dem Berg zu platzieren, weil irgendwie muss das Holz ja auch mit Pferdekutschen oder sonstigem nach unten transportiert werden. Deswegen jetzt mal meine Frage an euch, was würdet ihr machen? Wurdet ihr es unten in der Stadt platzieren und quasi einen, äh, Bach generieren am Berg, der erstens vom Berg runter läuft, in die, oder in das Wasserrad hinein und dann, äh, den Fluss etwas drosseln? Oder würdet ihr das Sägewerk nach oben setzen und dann vom Sägewerk aus den Fluss, den Berg herunter und dann in einen See münden zu lassen? Das könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben, ne? Und, äh, genau, das letzte, was ich euch eigentlich noch zeigen wollte, ist nämlich, dass ich, äh, jetzt unter der Platte sämtliche Kabel für die, äh, für die Gleise fertig habe, ne? Also ihr seht das hier, denke ich, wunderbar. Ist alles verkabelt. Und, genau, das sind jetzt, äh, diese zwei Ringleitungen. Und falls ihr euch wundert, was die Konstruktion hier zu bedeuten hat, das ist einfach nur die Plattentrennung. Das heißt, wenn ich hier diesen Schnellspanner hier aufmache, ne? Wenn ich diesen Schnellspanner hier aufmache, würden hier quasi die Kabel im Weg sein und dann knipse ich die einfach hier raus, zack. Einmal, ne? Und zweimal und dann ist die quasi die Industriebahn hier, also die Platte, von der ebenfalls vom Strom getrennt. Ne? Und dann hätte man da keine Probleme irgendwie erst noch irgendwas rumlöten zu müssen oder sonstiges. Genau. Und das war es, wie gesagt, zum Strom. Hier ist der, was ich euch ja, glaub ich, schon mal gezeigt habe, äh, die Stromleitung für die Stadtbahn. Und an den zweien würde quasi dann die Industriebahn rankommen. Laufend tut sie. Ich habe sie an beiden, auf beiden Strecken schon getestet. Ja, ihr Lieben, das war es auf jeden Fall mal wieder zu dem Update für meine Eisenbahn. Gleichzeitig möchte ich euch noch das Update geben, wenn, äh, da bestimmt die ersten schon warten sehnsüchtig auf die nächsten Videofolgen vom Mercedes L11 13, also von einem Rundhauber LKW. Ich habe noch immer keine Lieferung bekommen. Ähm, sie hätte eigentlich schon jetzt nicht dieses Wochenende, sondern letztes Wochenende schon allerspätestens kommen müssen. Deswegen, ich konnte jetzt den letzten Montag schon keine neue Folge für euch, äh, produzieren, beziehungsweise euch zeigen, weil einfach noch keine Hefte da sind. Warum auch immer, äh, in unserer Facebook, äh, Sammelserie Hachet, äh, die Augustini wurde bereits geschrieben, dass, äh, ja, eine Teillieferung bekommen hat, letzte Woche, so wie es eigentlich pünktlich gewesen wäre. Aber meine YouTube-Kollegen zum Beispiel der Dallanator und, äh, meine Wenigkeit, beim Bennys Modell, wo weiß ich es jetzt gerade nicht, der hat mir noch nicht geantwortet. Ähm, wir haben jedenfalls noch keine Lieferung bekommen. Und erhalten auch keine Antworten auf irgendwelche diverse Nachfragen, was denn da los ist. Deswegen, ähm, einfach warten und hoffen, dass da vielleicht mal noch irgendwas passiert. Äh, genau. Das wollte ich euch eigentlich nochmal noch mitgesagt haben, ne? Nicht, dass ihr da denkt, oh, ne, dann macht das ja gar nicht mehr, hat keinen Bock mehr oder so. Ne, das ist nicht so. Ähm, der LKW macht auf jeden Fall Spaß zu bauen. Aber ohne Teile kann man nix bauen, ne? Deswegen, äh, wie gesagt, hab ich mich entschieden, das, äh, euch heute gleich noch mitzuteilen. Äh, und ja, sowieso mal wieder euch zu zeigen, wie es hier mit der Eisenbahn gerade steht, da ja doch, äh, gerade auf Facebook immer wieder Nachfragen kommen. Ja, was wissen da jetzt, ne? Und jetzt habt ihr es mal gesehen. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes restliches Wochenende. Wir haben ja jetzt langes Wochenende, ne? Montag, Feiertag, coole Sache und, äh, Zeit viel zu basteln. Also, macht's gut. Ciao. Euer Sebastian von der FAMODIZ. Tschüss.